Hallo und Herzlich Willkommen zum großen Hund und ich Adventskalender, heute an der Kommando. Das Kommando, was ich euch heute zeigen will, ist das Kommando Aus. Das heißt, ein Gegenstand, den der Hund gerade im Mund hat, loslassen. Das ist ziemlich wichtig in verschiedenen Situationen. Man kennt es, dass der Hund vielleicht oft das Spielzeug nicht mehr hergeben möchte. Manchmal ist es auch einfach ein Kräftemessen, das der Hund testen möchte, wie konsequent man eigentlich wirklich ist. Und wie wir das heute aufbauen, ist durch die positive Verstärkung. Das heißt, jedes Mal, wenn der Hund etwas loslässt, wird er dafür gelohnt. Wir machen das heute mit so einem handelsüblichen Dummy und ich zeig dir jetzt, wie es geht. Komm her! Erstmal müssen wir natürlich Pärbeln sonst kriegen, dass er ordentlich reinweist. Und dann stillhalten. Nichts mehr. Nicht mehr mitspielen. Aus. Super! Ja, also in dem Moment, wo sie ruhig wird und auf das Kommando hört, wird sie sofort belohnt. Kann man mit Futter machen, kann man aber immer auch mit anderen Möglichkeiten machen. Und du musst einfach nur herausfinden, was dein Hund in dem Moment gerade wirklich toll findet. Ob er es Futter geiler findet oder vielleicht doch lieber spielen möchte, ja? Komm her! Super! Ja! So! Aus! Super! So! Das musst du natürlich eine ganze Weile üben, bis dein Hund das richtig perfektioniert hat. Aber ich versichere dir, irgendwann klappt es, sei einfach konsequent. Das ist das große Geheimnis dahinter. Und immer belohnen, wenn dein Hund das richtig gemacht hat. Also, wir sehen uns morgen wieder, hoffe ich. Und bis dann! Bis dann!